Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Together mit dem Klaas und mir dem Hänger-Boy! Oh ja, hallo zusammen! Und er ist gerade auf der Suche nach einem Dörfchen oder was hast du gesagt, nach einem Ding? Ja, so ein Dörfchen. Wegen der Kartoffeln. Wegen der Kartoffeln, genau. Okay. Du bist schon so ein Kartoffelkopf. Meine Kitty, ich hab gerade offscreen ein bisschen, also offscreen hat er jetzt seine zwei von drei Hunden verloren, das war doof. Und ich hab meine Kitty neu positioniert. Das ging relativ schnell. Auf der linken Truhe, damit die keiner öffnen kann. Und ansonsten mach ich mir jetzt ne Eisenrüstung. Wo spawnen denn eigentlich Hunde? Hunde? Oh nein 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 nein! Und dein letzter Hund geht drauf. Nein, das war nur die Partner. Was? Kitty? Das war nur ein Creeper. Wieso spawnt die hier unten? Alter, jetzt ist die Kitty grad hier unten gespawnt. Creeper sind scheiße. Da sagst du mir nichts Neues. Ich bin nochmal Brustpanzer. So, oder? Ich weiß es nicht. Doch, ich weiß es. Jetzt bin ich der Silver Surfer. Letztens war ich der Gold Surfer. Ich wurde degradiert. Du kommst jetzt mit. Ja, ne Schallplatte. Ja, ne Schallplatte. Uh, haben wir schon ein Schallplattenspielgerät? Wie der Scharf hier reinguckt. Liegt man auch rein. Wo es warm ist. Ich hab die C418 namens Far. So, Kitty komm mal mit. Gut. Wie sie sich gleich auf die Kiste drauf gehockt hat. Damit man sich öffnen kann. Du bist eine böse, ungezogene Katze. Und dafür mag ich dich. Ähm, kommst du jetzt mal hierher? Ich bin auf dem Weg, aber ich muss nichts töten. Nicht du! Ich meine die Katze! Ja, okay. Kitty? 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 Nein. Was wäre ich denn für ein Unmensch, eine Katze zu töten? Jetzt... Gehst du auf eine Kiste? Die mag irgendwie die Kiste. Ich weiß auch nicht. Ist da Fisch drin? Nein, der Fisch ist da hinten. So, guck mal hier. Komm. Komm. Ich brauche fünf Minuten, um die Katze hier in die Ecke zu bekommen. Ich will dich da hinsetzen. Äh... Katze. So, jetzt aber. Ich baue dir hier ein Katzenklo in die Ecke. So. Ähm... Dafür brauche ich eine... Wolle. Ah, habe ich ja. Weiß oder schwarz? Sie ist schwarz. Das heißt eigentlich schwarze Wolle. Ich habe aber zur Zeit keine... Ich hole mal schnell eine schwarze Wolle für dich. Für mein Lieblings nur das Beste gut genug. Und da ist ein Creeper bei uns im... Wo? Weizenkeim. Willi. Emulator. Du bist auch im Pfeil und Bogen. Ja, ich bin hier gerade bei den Schafen. Ach so, Alter. Jetzt ist er... Kleine Kräuter. Alter, das ist geil. Hast du schon mal den Creeper in die Seite geguckt? In der Seite ist im Kopf... Schwer, Gunpowder. Wie viel haben wir denn jetzt schon wieder? Ich habe gerade auch einiges. Was machen wir eigentlich mit dem ganzen Gunpowder? Miu! Weiß es nicht. Schwarz Wolle. Verdammt, ich bräuchte vier. Ich habe nichts mit so Fress. Bitte sag mir, dass der schwarze Schaf wieder... Ja, hat wieder Wolle. Gut. Ich bin jetzt von 0 auf 21. Ich bin bei 20. Ich bin bei 20. Also Hunde sind sehr effektiv. Ja. Katzen sind aber schnuckelig. Und der Faktor ist wichtiger. Ja, klar. So. Dein Schlafplatz. Und... Sand. Habe ich noch Sand? Ja, ich habe noch irgendwas von den Creeps-Missionen. Ne, ich brauche nur einen Sand. Ich baue ein Katzen-Klo. Ach so. Nein! Ich habe... Da! Shame on you. Ich habe Kitty umgebracht. Mit einer Axt wohlgemerkt. Ja, ja, ja. Brenne Mongo. Oh, deine Hunde knurren. Ich habe nur noch einen. Der will mich. Der will mich umbringen. Also für meine nächste Katze habe ich schon mal hier einen Schlaf. Der will mich umbringen. Der knurrt. Du hörst es nicht. Was ist denn der? Immerhin noch nicht hier drin. Lass den ja nicht rein. Hm. Der will mich umbringen. Ich habe ihn draußen links jetzt. Greift er mich jetzt an? Ne. Aber der knurrt. Der knurrt doch. Ja, aber... Ich habe noch einen zweiten Hund. Ich habe eine Idee. Ich mache das offscreen. Die Katze holen. Und dann sage ich... Kitty, da bist du ja wieder. Hier muss aber auch schwarz sein. Was machst du jetzt hier? Mein Gott. Ah, Alter. Bin ich im Mongo. Wo tun wir denn die Emerald hin? Amor? Keine Ahnung. Was sind denn die... Die Diamanten? Oben in der Essenskiste? Boah, keine Ahnung. Ne, ich glaube die sind nur im Lager gewesen. Könnte sein. Kitty. Ich muss... Ich muss einen Grabstein bauen. Kann man den Grabstein bauen? Grabstein schon bauen. Hier Root Kitty. Die einfach nicht sitzen will. Die sich immer auf die Kisten gesetzt hat. Ähm, ich weiß gar nicht wo... Was sind die Diamanten? Sonst soll irgendwas von... Mobs? Nein. Doch, Knochen. Ah, jetzt bin ich wieder allein unterwegs. Ich hole mir jetzt eine Fledermaus als Haustier. An die Leine. Ist das überhaupt? Keine Ahnung. Glaub nicht. Und mein Verzauberter Po... Wo... Ach, dann stehst du neben mir. Ich habe die Karotten hier rein getan. Ansonsten... Da sind die Diamanten. Da kommt jetzt... Wolltest du denn abbauen? Anbauen? Anbauen? Karotten? Karotten anbauen? Die sind in der Essenskiste. Kannst du machen. Ja, wenn du bei mir aber... Bei dem Regen gehe ich nicht raus. Äh, Feder... String... Ab defack, ich habe hier Bogen. Bögen. Landhabendeutsch bei Jura. Jura? Der Hund klirrt echt, alter. Ja, ist doch egal. Lass ihn halt. Lass ihn knurren. Was ist das denn geiles? Blaze Powder. Sieht aber Hammer geil aus. Hammer. Hammer Dude. So, ich habe hier noch ein Pumpkin. Kin... 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 Weil mir meine erste jetzt verreckt ist. Die hat noch eine. Ja toll. Wo ist der Fisch? Der habe ich in die Essens-Tool. Elf-Fisch. Naja. Gibt es auch in der Nähe irgendwo... Du hältst die Klappe. Ich gebe deinem Hund mal Rottenflash, vielleicht mag er mich dann. Ach, das habe ich gerade da unten gebracht. Naja. Oh ja. Geiles Wetter. Gibt es irgendwo in der Nähe schon einen Urwald? Wie ich soweit rennen muss? Ne, meine ist in der Nähe. Deine ist in der Nähe. Ja. Ich laufe mal in die Richtung. Warte auf mich. Kann ich nicht, wir sind schon bei 10 Minuten fast. Ah, schon. Na, das wollte ich jetzt aufscreben machen. Das ist nicht aufscreben, wir sind gerade mitten in der Aufnahme. Oh. Oh. Ich habe mich anders jetzt umentschieden. Was dagegen? Oh. Ich bin... Batman. Ah, hier rechts. 52 Bücher. Wird das reichen? Ich glaube kaum. Was willst du denn bauen damit? Bücherregale. Ja. Wozu? Ich habe genau 17. Pass. Danke für ihr Verständnis. Bitte beheern sie uns bald wieder. Danke. Oder auch nicht. Wo bist du denn hingang in welche Richtung? Hast du einen Kompass? Nein, aber welche Richtung ungefähr? Erst beim Weizenkeim Willi die Trasse nach untenwärts und dann einmal 90 Grad nach rechts gedreht. Nach rechts in die Wüste? Ja, und jetzt bin ich schon hinter der Wüste in einem Waldbiom, wo überall Schweine sind, die ich töten werde. Weil ich meinen Frust wegen Kitty abbauen muss. Na komm. Hier kommen noch ein paar Hunde. Hast du ein Ding dabei? Knochen? Knochen? Ja. 20. Weil ich hätte auch gern einen. Mindestens einen. Komm du scheiß Schleim. Trete deinem Schöpfer gegenüber. Ich warte auf dich. Du bist schon im Wald. Das heißt? Dass ich cooler bin als du. Nein. Nichts wehend. Nasser bin als du, weil hier regnet's. Seh ich dich denn schon? Du bist zu weit rechts. Du musst weiter hier hin. Geh dich schon. Ja, sag halt was. Sonst verballe ich ja alle meine Pfeile. Habe ich euch unendlich? Habe ich euch unendlich? Los, zeig mir. Nein. Ich habe 64 Pfeile im Inventar. Ich schieße einen. Habe immer noch 64 im Inventar. Was heißt denn für Verzauberung? Power 3, Infinity 1, Flame 1 und Punch 1. Ja, Infinity ist unendlich. Hey, geil. Schwein! Brenne! Wo bist du? Da. Alter, dieser... Der Regen, der ist so laut. Oh, heil Gott. Ich habe Sound auf 2 jetzt gestellt. Hört man aber kaum noch was vom Spiel. Wo bist du denn jetzt hin? Ich glaube halt doch, das ist ein Ball. Ich bin jetzt wieder bei einem Willen stehen. Da warte ich jetzt. Ich. Die Musik ist immer krank. Ah, ich sehe dich. Kommst du? Ja. Jo. Zwei Gefährten. Ein Weg. Schwule Musik. Was will man mehr? Ein knurrender Hund. Der habe ich noch ganz vergessen. Tja. Immer wenn er mich zieht. Gibt es eigentlich Hunde? Ja, im Wald. Nur im Schnee. Schnee, Wald. Alles aus der Wüste. Dann sind wir hier falsch. Aber ich... Welche Richtung? Ja, immer die jetzt einfach mal beibehalten. So lange wie es geht. Ich glaube so... So brauche ich nur nicht... So die Richtung. Oder? Dein Hund ist gerade in dem Kaktus hängen geblieben. Ja, das baut sich wieder. Jetzt greift er gleich den Kaktus an. Wir bauen den ab. Links sind Schafe. Und Kür. Und Kür? Und Kür? Warum suchst du eigentlich? Ist das denkst du nicht ein Winterbiom? Jo. Es kommt doch da vor uns. Oh, Schnee! HUIIIIIIIIIIIIIIIIIII Alter, sind die fett die Flocken! väheh pff! Alter. Ich se- Die Flocken fett. Ja, ehrlich, ich seh kaum was. Bist Du nur da? Ja, ich bin hinter dir. Und ich hab grad einen Schnelligkeitstrank getrunken, von daher soll die schneller sein, als Du. Da ist ein bisschen das Wind. Da sind Schafe. Alter. Schau mal links den Hügel hoch. Et bisschen mehr Aussicht. oh ja kann man so weit gucken ist die Eiswüste dies geil und ziemlich geil drück mal auf 1 vor allem mit meinem schnelligkeitstrang zu müssen man sieht halt jetzt keine hunde da vorne da vorne hat ein schaf angegriffen das heißt das ist ein hund da ist einer hier 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 sind zwei zwei kann ich mal knochen haben bitte weil ein will ich ein und kippen alter willst du haben ja ich habe auch ein knochen ja bei mir ich habe dir meine ganzen drei stück gegeben wo ist der hund hin der da beim schafen ja ich habe das so aber ich weiß nicht wie man den heilen kann hier ist noch eine rolle ist noch zwei alter ist nur einer richtung ist besser ja hier ist einer schauen ob es mit einem funktioniert da ist nur eine netz gefressen nein 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 habe ich noch nein hier nur einen habe ich zwei ok danke aber knochen sollte man jetzt sowieso gleich finden hier ist ein zombie ein harry zombie weg ich sehe den gar nicht ich verarschen zurück ins loch mit dir warte ich gehen ab jetzt kommt ein zombie alter der siehst du den ich mach halt mal von moody auf hell nicht mich auch nicht doch ok nicht mich an sonst gehen meine hunde auf dich oder nicht ich habe das wäre schlecht das wäre ganz schlecht ich habe ab ich glaube ich denn jetzt eigentlich ich habe mal hier die kuh die linke also ich ziele treiben ich habe zwei hatte ich immer jedem sind die paaren sich die paaren sich habe ich vier hast du ein gepaart haha da sind zwei kriper davon bist du ich bin hinter dir bei deinen hunden sind meine hunde ach hinter mir ok wenn du rotten flash findest einfach mal mir geben ich hätte dann gerne 300 hinter dir creeper pass auf hinter dir creeper hinter dir das war taktisch wie viele sind draufgegangen wie viel wie viel mb ram wird jetzt bei dir genutzt bei mir 700 gleich 750 ja wie habe ich denn jetzt noch nein alter jetzt geht doch noch mal jetzt aufsteak noch ein creeper warte du brennst mein kleiner aber sowas von na du doggie alter kann man nicht mehr den schnee ausstrahlen bitte warte mal du bist so schlecht im sehen wirst dass ich lava vor allem willst du mal ein bad nehmen taddios taddios ach besser vor allem brennen schon ein paar die solltest du alle mit one hitten theoretisch ja kommt gut hin das was machen wir eigentlich hier hunde suchen haben wir ja schon creeper die geschossen ja richtig geil Oh ja, ich bin Robin Putt! Ich fahr mal den noch mal. Kann ich mal Rottenflash haben? Oder hab ich das selber? Nee. Die wollen das. Wollen die Knochen oder Rottenflash? Rottenflash. Heilen sie sich und dann, wenn sie so rauskommen, fahren sie sich. Komm mal auf die große Fläche, wo die Kühe stehen. Auf die Ebene. Ja, ja. So. Renn doch mal vier. Verdammt. Uah, das war voll knapp. Ja, dann renn einfach nicht so vor. Du weißt ja, dass ich auf die Schieß mit meinen unendlichen Pfeilen. Da-da-da. Skelett! Okay. Nimm du das Skelett. Ich schieß auf die Spinne dahinter. Okay, jetzt nicht mehr. Ah, frei. Mach das schon. Tötet ihn! Ha, Infidel! Du, 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 du. Hallo, das Hundis! Alter, das ist ein riesiges Schneebiom hier irgendwie. Ja, irgendwie schon. Riss! Spalt! Wollen wir reingehen? Nee. Ich hab' einen Geil-Pig-Sack dabei. Oh, und wie ich sehe, sind wir bei 21 Minuten angekommen. Deswegen müsst ihr Russisch-Lied nachher weiterhören, wenn es wieder heißt Let's Play Mind the Craft together in Groß-Russland mit viel Schnee und viel Skeletten. Also, bis dann. Ciao! Vielen Dank und carriers. Wenn ein Video dafürzustellen? Haus! Tschüss! Außerdem knack. Die Neuk.